Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge IGF. Hm. Okay, ich glaube da nehme ich mal ein anderes Waffen-Setup. Ach, warum eigentlich nicht? Und hier nehmen wir jetzt mal was Zielsuchendes. Äh, nein, das ist ein bisschen... Obwohl, lasst uns doch ein bisschen Spaß haben. Richtig, ja, schöner, weiter, weiter, weiter. Wir haben auch drei Jahre zum Nachladen. Davon hat man, glaube ich, den Vorgänger in dem Let's Play schon mal benutzt. Ich hau erstmal raus, was geht, weil der sucht sich denn schon noch Gegner. So ist das nicht. Aber ich muss immer so ein bisschen beten, dass du ja nicht in der Nähe von dem Einschlag von dem Ding bist. Aber ich glaube, sie schickt die in eine Verstärkung. Ah, das Ding macht ziemlich schade. Das Gewehr. Ich glaube, mit dem Raketenwerfer ist das ziemlich sinnlos so viel in diesem Level, äh, möglichst Ding, äh, ausgerüstet. Ausglied. Was mir bei dem Teil hier tatsächlich ein bisschen fehlt bei EDF. Äh, bei 2025 kannst du dir Statistiken angucken, wie viel von den Gegnern du, also auch von jeder Sorte, du über ein Jahr dann geschickt hast. Es gibt noch wesentlich mehr Archivements. Hier kriegt man bloß ein Archive mit für jeden durchgespielten Schwierigke jetzt gerade. Das war's. Ich hol's mal noch ein paar Suchende raus. Ah, die suchen sich einen Weg schon, da ist, passt. Und der Einschlag ist bis sonst wohin zu merken. Sehr schön. Ah, die vertragen auch zwei von denen. Äh, das ist schon... Ach, das Volk, die Ameisen, die Roten. Ich könnte ja auch mal so einen Dreck machen. Wartet mal, wenn die ein bisschen weiter weg sind. Jawohl. Nur wenn die, glaube ich, ein paar Zentimeter näher gewesen wären, dann hätte mich das mit genauso getroffen. Und das sind 1500 Schaden, also das wäre auch mein Tod gewesen. Ja, gehen wir mal noch einen raus. Das sind meine Nähe, ein bisschen killen, weil ja nicht, dass die Rakete auf die Idee kommt, hierher fliegen zu wollen. Wäre ein bisschen unpraktisch. Ja. Ja. Aber ordentliche Reichweite, das Gewehr. Ja, machen wir mal ein, zwei raus. Sucht euch die Gegner... Uh-oh. Das könnte schief gehen. Ja. Das war knapp. Aber die da oben kriegt man halt dadurch auch ganz gut. Warum du die noch unbedingt anvisieren musst, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, aber ist okay. Ah, hier liegt was Heilung rum. Schade eigentlich. Na, 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 na. Also die Waffe ist sehr lustig, aber muss man mit Vorsicht genießen. Und wir haben sie gleich normal bekommen. Die Sitzung. Das sieht mir wieder aus, als ob ich da lieber... Du kannst bis zu zwei Waffen deiner Wahl auslösen. Einen rakierten Werfer, der nicht unbedingt zielsuchend ist, mitnehmen sollte. Na, ich glaube, ich nehme das Ding. Stufenauswahl. Je höher die von dir Operationsstab. Na dann, let's get it on. Das Bier geht heute auch wieder runter wie nix. Und mein Riechkolben juckt. Verdammt. Oh, das ist eine ziemlich miese Geschichte hier. Ihr seht, da unten ist schon alles voll. Aber hier jetzt in dem Fall noch nicht mal. So ein ähnlicher Servicke kenne ich tatsächlich schon. Das musst du treffen. Aber nicht Augen gekriegt, verdammt. Okay, ich gehe runter, ist mir egal. Von unterhalb trifft man die halt doch besser. Das ist nur Sicht. Geht, das Ding macht kein Ärger mehr. Blöden Spinnen schon. Das war jetzt eine gefährliche Situation. Hätte ich jetzt im falschen Moment geschossen, hätte ich natürlich den Scheiben von meinem eigenen Raketenwerfer auch kassiert. Das ist nur so... Das ist witzig. Wir machen uns erstmal hier ein bisschen sichtfrei, dass wir denen vielleicht mal so eine mitgeben können, wenn sie sich öffnen. Ja, man sollte jetzt nicht unbedingt darauf anliegen, im Real Life hier irgendwelche Wohnhäuser, Wohnblöcke niederzureißen. Aber hier ist das taktisch halt von Vorteil. Ey, ich rede bei dem Spiel von taktisch. Das ist eigentlich lächerlich. Nichts verschwenden. Nichts verschwenden. Nichts verschwenden. Ich begrenze Munition, Leute. Nichts verschwenden. Hört auf die Worte. Mach ich mir auch mal Platz, weil hier schwirrt auch noch irgendwo was Fliegende rum. Also, was Fliegendes Größeres? Fliegende schwirren hier überall rum. Die jucken mich aber eigentlich nicht. Die sind bloß wirklich in richtig großen Massen. Da sind sie schon ein bisschen nervig. Was machen wir denn da eigentlich? Oh, da liegt noch viel Zeug rum. Da kommen wir in die rein. Ich habe bis 80 Meter Reichweite mit der Flüfte. Ich schieße sie jetzt bloß leer, damit sie voll ist. Klingt so widersprüchlich, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Es gibt halt in diesem Spiel keine Nachladen. Ich könnte übrigens langsam mal ankündigen. Ich weiß nicht, ob ich schon ein bisschen irgendwo rausgebracht habe. Es ist ja wieder Oktober demnächst, Leute. Wenn das Video rauskommen sollte, ist es eigentlich kurz vor Oktober, wenn ich mich täusche. Vielleicht noch eine Woche oder zehn Tage oder so. Ich mache mir da immer nicht so einen Plan, weil ich immer so ein Stück aufnehme und das gar nicht so überreißt, wann ich da... ...was fertig habe, mit welchen Videos und sowas. Also geil. Hier wird es der Oktobernaht. Und das heißt wieder auf meinem Kanal natürlich... ...das eierliche... ...Halloween-Special. Es sieht ganz gut aus, dass ich jeden Tag ein... ...Horrorspiel rausbringen kann. Wobei, äh... ...das ist mit Vorsicht zu genießen. Also nicht die Aussage, dass ich jeden Tag eins rausbringen könnte. Da sage ich gleich explizit. Äh, wenn es nicht klappt, ist es halt jeden zweiten Tag. Aber das auf jeden Fall. Also jeden zweiten Tag ist schon mal safe. Da habe ich genug aufgenommen. Aber, äh... ...was nicht safe ist, ist, dass das eigentlich ein Horrorspiel ist. Das kann auch ein Spiel sein, was für mich absoluter Horror ist. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also... ...hab ich Sponyhof oder sowas. Also nicht, dass der es jetzt ja anteasern will. Das Spiel habe ich tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich letztens im GameStop mal davor gestanden und überlegt, ob mir das zulegt. Einfach für Halloween, weil das ist so beschränkt. Vertritt die Werte einer Frau im 21. Jahrhundert natürlich super. Das wäre hier auch gerade noch so ein bisschen Sozialkritik, das bei IGF. Da schnell's ab. Wo sind sie dort ja lang gelaufen. Jetzt muss man aufpassen, hier sind mehr als 30 erlaubt. Äh... Bis zum Bescheid. Okay, hier liegt auch nochmal Wurstung und Waffen rum. Wir brauchen Waffen. Frei nach Matrix, Leute. Ja, das ist übrigens ein guter Vergleich. Also wenn man überlegt, die Stadt sieht so ein bisschen ähnlich aus wie die Eingangshalle in Matrix im Ersten. Wo sie da das Hochhaus stürmen. Haben nicht ganz so viel Kollateralschäden wie wir hier, aber... Naja... Ich kann Deckung geben. Ich will alles. Kannst ja nicht alles von erwarten, ne? Ne, Matrix cooler Film. Aber dass ich auf den Vergleich zu dem Spiel und Matrix hier kommen will, das kann auch bloß ich, äh... Ach, fahren wir ein bisschen Panzer, das geht glaube ich schneller. Boah, Sulu-Mister 9. Boah, ich muss den Platz machen, falls es nötig. Ah, liegt auch viel Zeug rum. Ein Vorteil hat das hier tatsächlich mit dem Panzer. Ich kann das vielleicht so erinnern. Boah, das ist nice. Nice ein Stein. Das wäre tatsächlich mal wieder bloß zwei Levels hier. Ich fasse es ja fast nicht. Fahren wir sie durch den Park, ne? mit dem Panzer durch den Park. So muss es halt. Mach ich privat auch sehr gerne. Aber hier ist nur Heilung. Frechheit. Eine absolute bodenlose Frechheit ist es halt. Ich greife ja niemals mit dem Panzer, die kleinen Flugflücher... Vergessen Sie das, Leute? Ich steche mal aus. Jetzt bin ich nah genug. Ich treffe nicht mal mit dem normalen Raketenwerfer. Und da kann ich aber meinen Zielen so an, wie ich das gewohnt bin. Heißt erstens invertiert und zweitens hat es eine ganz andere... Ähm... Wie soll ich sagen? Einen ganz anderen Impact. Irgendwie fühlt sich das ganz anders an. Zudem auch noch der Panzer ja einen Bogen schießt. Er schießt ja nicht gerade. Das ist ja schon fast wie so ein wie so ein Granatwerfer. Wo ist der hier? Der andere? Ach, da oben seid ihr? Seid ihr doof oder was? Okay, den hab ich. Ich hoffe, ihr fühlt euch angepisst. Ist nämlich öfter so, wenn man den einen erwischt, kommen die anderen runter. Naja, sie kommen runter. Hab ich doch gerade gesagt! Da kann man auch mal infightig und schließlich was machen. Zur Not. Aber der guckt ja immer noch da oben rum. Zu vorhalten. Ah, es hat nie gereicht. Jao. Kannst du noch was fallen? Außer dich selbst. Ne. Mischen ich groblietet. Nix Neues. Wir gucken uns doch mal die neuen Missionen noch an. Bisschen Zeit haben wir noch. Höllenkönig! Also da kann ich erwarten, dass da kein Dings kommt. Ist doch was. Machen wir 20 Minuten gerade raus heute. Aber die Waffe ist gut. Und jetzt sind wir in Emerald. Es ist mein Lieblingssukraketenwerfer. Oh, auf jeden Fall. Und wir starten die Mission. Johooo. Ich muss mal kurz noch mal beim Alkohol greifen. Ah. Die Spinne ist ein bisschen größer. Die Spinne. Ich bin mir ganz sicher. Hatten wir schon so große Spinne? Naja, keine Ahnung, Leute. Aber schöne Trefferfläche ist auch jetzt mal. Ist ja wirklich cool. Mit dem Raketenwerfer du triffst halt irgendwas. Das ist schon, das passt schon. Was ihr seht, die webt ein paar mehr Netze. Webt. Sollts mal da einfach mal rein, ne? Tja, das war's jetzt schon mit dem Mistvieh. Er fliegt's durch die Gegend. Ich wechsle mal wieder auf den Raketenwerfer. um einfach mal mein Gebiet ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Was ist noch so ne große? Ah. Ach, Mutti. Ich meine Mutti jetzt nicht mit Sabrina. Nicht verwechseln. Ja. Von der Mutti Spinne. Flieh doch nicht. Was soll das? So, jetzt können wir mal wieder ein bisschen mit dem Raketenwerfer arbeiten. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Die Action läuft, Leute. Übrigens ist es nicht so, dass jetzt hier die Großen, wenn man die nicht bekämpft, dass die denn irgendeine kleine Schlüpfen lassen oder irgendwie sowas. Das tat sich nicht. Also, das tat sich bloß bei diesen großen UFOs so, dass die da halt Ärger machen. Übrigens ist noch nicht eine Waffe eingesammelt, soweit ich das richtig überwissen hab. Ausläuftration. Eigentlich ganz okay. Na, warte. So. Hast du davon. Wenn die Viecher tot sind, machen die Spinnenfäden auch nichts mehr aus. Das glaube ich auch erst die zweite oder dritte Wurstung, die wir jetzt gerade sammeln. Also, viel Heilung gibt's hier schon. Aber dauerhaft nützliche Items haben sie noch nicht wirklich so viel zahlen lassen. Soll ich das sehen? Na ja, es ist bloß Heilung auch sein Licht. Aber hier ist definitiv Wurstung. Nehmen wir natürlich mit. Vielleicht können wir mal ein bisschen Platz schaffen. Man kann ja auch den strategisch einsetzen, weil seine Suchfunktion ist ja nicht sofort vorhanden von dem Raketenwerfer. Der schießt ja doch erstmal nur geradeaus ein paar Meter. Das kann man natürlich bei Häusern, die relativ direkt vor einem sind, auch ausnutzen. Au, da ist eine Waffe. Jetzt holt sie erstmal Wurli. Nicht falsch verstehen, Sabrina. Ja, ich sag's nochmal. Das ist übrigens eigentlich, wenn ich jetzt ihr seht, es geht runter wie nichts. Also das ist wirklich die übelste Situation, wenn ihr so extrem eingesponnen seid. Ist jetzt sogar noch für mich gefährlich gewesen. So, ich sammle jetzt mal trotzdem auch noch ein bisschen Heilung ein, auch wenn nicht mehr zu viel Gegnervölk da ist. War noch irgendwo eine Waffe habe ich doch nicht gesehen. So, jetzt geht uns das schon besser. Oh, es sind uns zwei Gegner. Das machen wir schnell mal so. Was? Nicht getroffen? Schnaps gesoffen? Trink doch bloß Bier. So, jetzt hat sich das Thema. Und wir sind noch unter 20 Minuten. Das ist gut, das ist gut. Das passt. Das werde ich dann mal den Part beenden. Ja, eine Waffe war es. Auch ein bisschen was an Rüstung zusammengesammelt. Das ist völlig in Ordnung. Ich sage an dieser Stelle macht's gut und bis zur nächsten Folge, wenn es denn wieder heißt IDF! IDF! Und nur zwei Waffen mit zum Einsatz nehmen, ne? Bis zum Bescheid. Ciao.